Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Eine Frage, die ich oft bekomme ist, Marv, wie fange ich am besten an mit Dark Blend? Und deswegen gibt es heute meine kleinen Tipps, wie man am besten mit Dark Blend anfangen sollte, damit euch das Ganze am Anfang nicht komplett wegscheppert und möglichst sanft über die Bühne geht und ihr vielleicht langsam in die Welt vom Dark Blend reinschnuppern könnt, weil einige Aromen kommen auf Dark Blend deutlich anders, Tabak wirkt manchmal deutlich intensiver, verschiedene Flavor entfalten sich ganz, ganz anders, sobald sie auf Dark Blend sind. Was ist Dark Blend überhaupt? Theoretisch gibt es keine genaue Definition für Dark Blend, im Grunde meint man einfach nur dunkleren Tabak. Woher das kommt, ob das eine Burley-Mischung ist mit Arabica-Tabak, mit Orient-Tabak oder mit Virginia noch dabei, das ist ganz unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Dark Side verwendet zum Beispiel den Mix aus Virginia und Burley, Must Have auf der anderen Seite verwendet sieben verschiedene Burley-Sorten aus sieben verschiedenen Ländern und ist damit pur Burley. Im Grunde kann man aber zusammenfassen, Tabak, der Schwarzes, ist Dark Blend. Was bedeutet das? Verschiedene Tabakpflanzen haben verschieden viel Nikotin. Burley hat zum Beispiel relativ viel, vor allem im Vergleich zu Virginia, das dann noch richtig angemischt und verarbeitet, kann Nikotin-mäßig deutlich krasser rüberkommen als bei einem Virginia-Tabak und ist in der Regel auch immer der Fall. Ich kenne keinen Dark Blend, der genauso angenehm zu rauchen ist wie Virginia. Wie man den Dark Blend aber möglichst angenehm rüberbringt, das gucken wir uns jetzt an. Vorher sei aber doch kurz erwähnt, dass ich Dark Blend nur Leuten empfehlen würde, die schon ein bisschen häufiger Shisha rauchen oder vorher vielleicht Zigaretten, Zigarren oder irgendwas Stärkeres geraucht haben, die jetzt Shisha-Raucher geworden sind und da vielleicht so ein bisschen den Bass vermissen. Wenn ihr bis jetzt nur, sagen wir mal, zwei Köpfe Virginia in der Woche geraucht habt oder so, dann würde ich euch wahrscheinlich keinen Dark Blend empfehlen. Ihr könntet den immer noch ein kleines bisschen dazu mischen. Die Chancen stehen aber ganz gut, dass euch das dann trotzdem ziemlich wegscheppern wird. Was ich auch auf keinen Fall machen würde, wäre einen Meerlochkopf mit Kamin verwenden. Kamin-Setups, generell, ich mag es nicht so gerne. Wenn ihr das gerne raucht, alles cool. Aber für Dark Blend ist ein Kamin-Setup nicht geeignet. Da scheppert euch der Tabak meistens nochmal viel krasser weg. Würde ich euch einfach nicht empfehlen, damit Kamin zu rauchen. Das heißt, meine Empfehlung bei Dark Blend, ganz klar, ein Funnel und ein HND. So funktioniert das meiner Meinung nach am besten. Wie fangen wir also am besten mit Dark Blend an? Meiner Meinung nach ist es am Anfang mit Abstand die beste Idee, Dark Blend erstmal zu mischen. Ihr müsst ja nicht, wenn ihr euch eine Dose Dark Blend kauft, sei es Dark Side, Must Have, Black Horus, Der Blaze, wenn er irgendwann rauskommt, Kismet oder, oder, oder. Es gibt ja mittlerweile doch eine ganz gute Auswahl an verschiedenen Dark Blend Sorten. Ihr solltet nicht die Illusion haben, dass ihr den unbedingt pur rauchen müsst. Auch wenn ihr den mit reinmischt in deinen Kopf, kann das sehr, sehr geil sein. Meine Empfehlung ist da ganz klar, wenn ihr euch vorsichtig rantasten wollt, dann nehmt erstmal nur 10% in dem Kopf, wenn ihr merkt, okay, das war jetzt kein Problem, dann könnt ihr beim nächsten Mal 20% Dark Blend mit dazu nehmen, 80% Virginia machen. Wenn ihr merkt, das ist immer noch kein Problem, dann arbeitet ihr euch immer langsam, aber stetig hoch und dann werdet ihr langsam schon merken, wo da eure Grenze ist und auf der bleibt ihr dann am besten erstmal. Vielleicht gewöhnt ihr euch langsam dran und könnt dann immer mehr Dark Blend nehmen, bis ihr vielleicht irgendwann bei einem kompletten Kopf Dark Blend seid. Aber Dark Blend hat mehr Nikotin. Nikotin macht sehr stark und sehr schnell abhängig, auch wenn man einfach nur denkt, Bruder, ich habe jetzt richtig Bock auf den Kopf, könnte das schon die Nikotinsucht sein. Also sich an Dark Blend zu gewöhnen, muss nicht unbedingt was Gutes sein, weil sich euer Körper eben an mehr Nikotin gewöhnt und dann danach auch mehr Nikotin von euch fordert. Deswegen überlegt euch das gut, ob das wirklich was Bewundernswertes ist, wenn man den ganzen Kopf Dark Blend raucht nach dem Frühstück und sich denkt, boah, irgendwie passiert da nichts. Oder ob das vielleicht ein schlechtes Zeichen für die Nikotinsucht ist. Wenn ihr keine Bedenken habt, was die Nikotinsucht angeht, dann ist Dark Blend aber wirklich eine sehr leckere Sache, die ich mir persönlich in meinem Shisha-Leben und Dasein gar nicht mehr weg vorstellen kann. Bei mir ist das meistens so, der erste Kopf am Tag ist vielleicht schon mit ein bisschen Dark Blend dabei, meistens aber eher Virginia, vielleicht noch so einen Hauch Kiwi-Smoothie von Must-Have oder sowas mit reingenommen. Aber eher konservativ, eher ein bisschen entspannter und dann später am Tag, wenn man auch schon was Ordentliches gegessen hat, ordentlich viel getrunken hat, ein bisschen frische Luft hatte und so, dann kann man da viel besser in die Dark Blend-Masse rein starten. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, Leute. Wenn ihr Dark Blend probiert zum ersten Mal, geht sicher, dass ihr genug frische Luft habt, dass ihr was zu trinken habt und dass ihr vorher was Ordentliches gegessen habt. Ich kenne viele Leute, die auf nüchternen Magen einen kompletten Flash bekommen und wirklich krass am Arsch sind. Aber wenn sie vorher was Ordentliches gegessen haben, Dark Blend sie eigentlich gar nicht so krass juckt. Also, passet euch da langsam ran, mit langsam mehr Dark Blend in den Kopf reinpacken. Benutzt auf jeden Fall ein HMD, esst vorher was und trinkt vorher was. Was auch noch ein ganz wichtiges Thema ist bei Dark Blend, ist die Kopfauswahl und der Kopfbauch. Da muss man nämlich auch ein paar Sachen beachten oder man kann ein paar Sachen beachten, die das am Anfang deutlich angenehmer machen. Wenn ihr euch einen Kopf baut, würde ich euch empfehlen, das erstmal ein bisschen dense zu bauen, also etwas angedrückter, als ihr normal rauchen würdet. In Virginia macht man ja meistens relativ fluffig, egal ob Noppenkontakt, Vollkontakt oder mit Kamin, wie auch immer ihr rauchen wollt. Bei einem Dark Blend würde ich sagen, wenn ihr die ersten Köpfe raucht, drückt den erstmal ein kleines bisschen mehr an. Ich blende euch gerade mal was ein. Ihr seht, die eine Seite vom Kopf, die habe ich etwas mehr angedrückt. Die ist knapp unter dem Rand vom Kopf oben und auf der anderen Seite habe ich das Ganze sehr fluffig gelassen. Das ist natürlich eine etwas übertriebene Darstellung, aber ganz wichtig, leichtes Andrücken bei Dark Blend Sorten kann am Anfang extrem helfen, das ein bisschen angenehmer zu machen. Der wichtigste Tipp meiner Meinung nach aus dem Video ist aber definitiv, tastet euch langsam ran. Ihr müsst nicht direkt mit einem kompletten Kopf Dark Blend starten, mischt da einfach erstmal und dann sollte es relativ klar gehen. Und das sind auch eigentlich schon die wichtigen Tipps. Ansonsten ist es einfach nur eine Gewohnheit an Nikotin. Falls ihr noch mehr Tipps habt, packt sie gerne unten in die Kommentare. Das sind meine kleinen kurzen Tipps zum How to Dark Blend.